das sieht echt gut aus und die pflanzen erholen sich schon herrlich so soll das sein ja hallo ihr lieben da draußen ich bin im garten etwas noch geschwächt aber erkennt das von mir ich gehe in den garten um wieder kraft zu tanken und was mir auch beim kraft tanken hilft ist auf jeden fall mit euch durch den garten zu tingeln und heute ist das soweit heute machen einen schönen großen gartenrundgang ich werde wirklich in alle beete reingehen die mir vor die nase kommen ich hoffe dass ich nicht irgendwas aus lasse aber ich glaube das krieg ganz gut hin machen wir mal ein bisschen im uhrzeigersinn gegen den uhrzeigersinn und einmal drumrum und dann werden wir schon irgendwie alle ecken einmal gesehen haben ja es gibt super viele überraschungen ihr könnt das schon sehen hier tut sich einiges hier vorne tut sich einiges in allen ecken im garten tut sich was und ich habe gerade auch wieder ganz viel hilfe von dem lieben flo und mit dem flo war ich gestern da ihr habt das in den shorts schon gesehen drüben beim kihoolbeet waren wir ein bisschen aktiv er hat da so den hauptpart übernommen für die sachen die körperlich anstrengend noch sind die mein körper gerade nicht so kann und ja ein bisschen um aussaat gekümmert ich habe hier ein paar pflänzchen rausgeholt und hier vorne ist ja ist ja voranzucht habt ihr in den anderen videos gesehen ich mache das jetzt dieses jahr mit einem beet und ich werde das auf jeden fall jedes jahr wieder so machen weil das spart dieses ganze umtopfen ausgeizen gewächshaus hin und her geschleppe und was weiß ich also dieses im beet vorziehen finde ich richtig gut und ich habe auch noch sorten die wieder so vorgezogen werden im beet drei habe ich jetzt im kopf ich war gerade überlegen ob ich euch die sage ach wisst ihr was rosettenschigurie stoppelrübe und was war das dritte zuckerhut genau das ist auf jeden fall alles was wo ich ein bisschen später starten kann und durch die voranzucht gibt mir das dann ja auch wieder zeit irgendwo ein fleckchen zu finden wo das dann nachher rein soll ja gartenrundgang legen wir los ich würde sagen ich schnappe mir jetzt die kamera kommt zu euch und dann zeige ich euch das alles mal ja und ich würde sagen dafür fangen wir hier vorne an und gehen mal von hier nach hinten durch euch sie gerade eine blaue libelle vielleicht kriege ich die drauf was die schön noch nicht gesehen vorher die werde ich nicht drauf kriegen doch sie sitzt vielleicht haben wir glück ich versuche es mal und frage auch ganz lieb machen wir das direkt so einmal raus mit euch so ich sehe die da sitzen jetzt muss ich mal ein bisschen suchen sonst wird das nichts da unten guckt mal da sitzt was blau ist wunderschönes exemplar wie ich finde und noch nicht gesehen so jetzt sind wir wieder im waldwinkel ich habe gesagt hier vorne fangen wir an bei dem pflänzen hier ein rätseln noch was es ist ob das auch wirklich ein flaumenbäumchen werden könnte ansonsten hier jede menge blumen die schon aufgegangen sind gestern auch mal irgendwie durchgezählt sind auf jeden fall über 12 13 waren sogar verschiedene blumen und auch am rand sehe ich dieses jahr bisschen was wachsen auch hier die kleinen gelben die sind überall irgendwie in meinem garten aufgetaucht das irgendwie mal saatgut irgendwo hingeflogen echt überall zu sehen aber wir bleiben aber wir bleiben jetzt einmal hier also hier vorne stückchen habe ich schon erklärt dämonen seht ihr wir haben hier ja erzählen ja hier haben wir die nachtkerze da ist auch schon eine offen gewesen mit blüten gut zu sehen da unten lavendel da haben wir noch eine ringe blumen die wächst ist übrigens auch hier überall so ein bisschen verteilt sonnenblume haben wir dazwischen dann haben hier diesel die nachher richtig schön blüht und gut besucht ist jetzt habe ich ein pflänzchen entdeckt keine ahnung was es ist vielleicht könnt ihr da weiterhelfen hier vorne was also blumen mäßig auf jeden fall eine richtig schöne vielfalt da hat jeder sowas zu futtern und ganz verschiedene tiere dazwischen also von käfer über insekten die ich nicht kenne wildbienen normale bienen also die honigbiene alles irgendwie dabei dann haben wir hier überall noch kornblume dazwischen bei der distel könnt ihr erkennen gelbe blüten bei der da vorne war so eine violette da war immer dort ist das ding dann wächst da noch was zwischen sehe ich gerade die anzahl erhöht sich auf jeden fall auf 15 jetzt schon verschiedene gucken guck mal was wir hier haben auch noch mal so ein exemplar fliegen art so und wenn ihr richtig guckt guckte wie ich richtig hier hat sich tatsächlich mal ein weißer mohn aufgetan allerdings nicht den ich erwartet habe und mir wünscht aber trotzdem ist es eine riesenfreude weißer mohn echt echt wunderschön guck mal hier so von der seite ist auf jeden fall viel aktivität ja so ich zeige mal weiter und zwar hier vorne ist ein insekten tränke die kriegt gleich noch wasser also liebe leute da draußen stellt den insekten tränken auf ich habe auch noch vor heute zwei weitere aufzustellen ja so wir huschen mal weiter jeder weg soll noch mal ein bisschen wieder frei aber noch noch geht das um da jetzt hinzukommen wo man hin möchte wird aber kein dauerzustellen muss ja schon irgendwie an die tomaten kommen so gern ich die pflänzchen auch noch weiter für die bienchen dastehen haben möchte so und hier ist alles ein bisschen wild das ist jetzt noch so auf den zettel was kommt und salat geht in die blüte gestern haben wir zwei mitgenommen die sind da unter noch so versteckt ich zeige euch das noch mal da unten ist noch was drin gestern auf jeden fall schön geerdet aber mit dem lieben sven geteilt seiner freundin da steht hier irgendwie noch mais zwischen und ach keine ahnung alles so ein bisschen das war der spinat der gleich in die blüte gegangen ist es war halt so vom timing und dem wetter hat gerade nicht so gut hier könnt ihr aber ganz toll erkennen wie man gold richtig gut platz gefunden hat also da haben wir ja jetzt überall was zwischen dann haben wir hier noch mal grünkohl so sieht das aus ja hier haben wir die kartoffel pflanzen so im zick zack der letzte kam nicht deswegen glück grünkohl reingekommen und das sind hier beete die werden dann von beikraut entfernt da haben floh und ich gestern schon darüber geredet und priorität ist so ein bisschen erstellt was als erstes dran ist was dann kommt und so weiter ja die tomaten sehen so aus überall blüten dran werde ich noch mal wieder durchgehen wegen ausgeizen bin ich aber immer wieder gut dabei gewesen also ausgeizen klappt dies ja ein bisschen besser ja und hier seht ihr auch beikraut aber ihr könnt auch sehen wie gut weit der kohlrabi jetzt mittlerweile schon ist also das ist ja schon eine beachtliche größe so die eine tomate bisschen wackelig auf dem bein es kommt dann aber dann so wir gehen dann mal weiter zum kiholbeet also die wilde karte zeige ich euch gleich auch noch aber der floh und ich waren fleißig habe das in den shorts schon gezeigt das zeige ich jetzt mal ganz in ruhe wir haben auf jeden fall zwiebeln drin hier vorne in dem bereich dann haben wir da zweimal den fenchel an der ecke da hinten steht eine kleine tomate bei meinem finger dann haben wir hier so in dem bereich ein bisschen spinat ausgesät hier meine ich haben eine spur den chinesischen sellerie ja so war das irgendwie dann haben wir noch jetzt bin ich neu durcheinander genau pori eine spur eine spur mit bunter beete und eine spur pori pori bunte beete möhren so war das genau und dann haben wir hier noch zwei brokkoli dann haben wir hier noch rosmarin den mediterranen der wo ein bisschen vernachlässigen hat er mitgekriegt von dem ganzen hin und her und wetter und noch nicht einpflanzen und dann haben wir hier noch gestern irgendwo dicke bohnen reingestellt ich glaube zwei stück ich weiß das gerade gar nicht mehr kommt dann überraschungsmäßig das heißt wir haben das ganze geholbeet bis hierhin jetzt auch schon gemacht und in der mitte konnten wir schön die kompost erde für hier benutzen zum auffüllen ich könnte das hier sehen das alles aus dem kompost es fällt auch so ein bisschen auf mit der struktur der erde ja so und dann haben wir hier die wilde karte ich habe davon berichtet hier kann man schon ein bisschen sehen wie die reise so läuft und wo sie hingeht und ja da sind quasi überall solche blüten die da kommen und ja da bin ich mal gespannt das wird eine ganz schöne geschichte habe ich so ein gefühl ja das kann ich auch hier zeigen also im grunde kann ich zeigen dass ich hier ein bisschen hab wachsen lassen hier geht auch in die blüte der liebstöcke und ja den teil wollen wir noch nutzen um kurabi etc anzubauen ich habe auch heute noch eine physales pflanze mitgekriegt die steht da vorne an der ecke ja und hier läuft auch alles soweit also hier haben auf jeden fall erdbeer pflanzen zwischen da könnt ihr das sehen da kommt überall erdbeeren hier auch hier hängt auch schon was sehr spezielle form würde ich sagen aber kann man ja essen kein problem also dieser bereich wird noch fertig gemacht hier haben wir noch die physale stehen die habe ich heute mitgebracht und dann noch die salbei die brauchen irgendwie noch ein plätzchen vielleicht kommt das hier noch irgendwie zwischen dachte das wäre vielleicht ein ort der ganz gut passen würde vielleicht richtung zucchini dann noch physales weil ich hatte hier mischkultur zucchini und eine feitsche physales ist jetzt auch nicht ein richtiger begriff den namen habe ich aber vergessen sieht aber genauso aus wächst genauso und ist nur halt giftig die version die hier ist eine physales zum essen ja kiholbeet kann ich jedem nur empfehlen richtig geile sache habe auch habe auch nach einem video der waldgeister mich dazu entschieden da auch noch mal irgendwann wenn das hier ein bisschen mehr am wachsen ist ein bisschen mehr werbung noch dafür zu machen weil ein kiholbeet finde ich sollte jeder im garten haben richtig geiles beetkonzept ein selbstdüngendes beet was da im betrieb drin ist an würmern wie die pflanzen sich da nährstoffe holen was an lebensraum für tiere geschaffen wird etc pp ich kann mich nur wieder hoch das ist auf jeden fall eine geschichte ja das werde ich noch mal aufgreifen einzelvideo machen so gucken wir mal weiter würde ich sagen so sieht das von hier gerade aus so und wir gucken jetzt einmal hier zum indianerbeet milpaarbeet inkabeet wie auch immer ihr das bezeichnen wollte ich wiederhole mich weiß sonnenblumen schon richtig groß geworden richtig groß also das ist eine sache gefällt mir richtig gut und ja ich habe hier halt überall mais verschiedenen mais auch popcorn mais dazwischen rot schwarz grün gelb alle fahren dabei und ja jetzt teilen sich hier die ganzen pflanzen irgendwie das beet dazwischen habe ich dann noch drei kürbispflanzen hier ist eine hier unten ist noch eine das sind meine eigenen vorgezogenen die pettersons und hier zwischen unten ist auch noch mal irgendwie eine da könnt ihr sehen da und der rest sind sonnenblumen mais ja der ganze grün bei krautsachen die da sind das muss der ackerschaftelheim sein ich bin mir nicht ganz sicher blüht sogar ein klein mit einer kleinen blüte ja aber ja das hier geht es noch um bei kraut befragen jetzt hätte ich selbst was gesagt und hier habe ich noch anzucht super viele kurabi super schmelze hier die kurabi azur stars und die kommen auf jeden fall noch ein paar dann darüber einmal zum kiholbeet wenn das dann soweit fertig ist ruhig mir ist immer schwindelig um hoch oder kommt ja mehr gibt es da links nicht zu zeigen obwohl hier haben wir noch die nacht kerzen am rand ganz vorne sowie hier auch eine königskerze die hier glaube ich ist aber hin jetzt irgendwann mal zu wenig wasser gehabt die andere ist aber super gut durchgekommen hier sieht es derweil so aus übrigens auch was da gerade zu sehen ist in orange das ist das habichtskraut ich habe das tatsächlich getippt aber ich war mir total so unsicher dass ich euch noch mal fragen musste es will nicht scharf werden wird es noch scharf werden so ach so gar nicht gezeigt dann muss ich ja noch mal kurz mal hin hüpfen glaube ich jedenfalls die kronlichtnägel die haben wir hier also hier kommt auf jeden fall was zusammen so ich war aber da vorne nach das ist das schöne bei mir kann man im garten verschiedene wege einschlagen wenn man irgendwo hin möchte und das macht das ganze halt attraktiver wenn im garten überhaupt irgendwas tut so hier haben wir noch sonnenblumen boric hat sich überall so ein bisschen breit gemacht lavendel hier sind aber auch noch pflanzen zwischen zum zum beikraut jäten sollen wir hier das ist ja noch eine ja beinwelle ist das noch vergessen 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 keine ahnung zu viele namen fällt immer irgendein namen hinten runter kennt ja mein namensgedächtnis so denn hier dazu entschieden alles so wachsen zu lassen wie es wächst also eine mischkultur aus erbsen mohn auf jeden fall eine wicke denn haben wir hier habe ich vergessen wenn das jemand weiß ihr dürft gerne unten in den kommentaren ergänzen es gibt bestimmt leute die da interesse daran haben das zu erfahren und so könnt ihr euch quasi unter meinem video auch ein bisschen gegenseitig weiterhelfen ja hier erbsen richtig gut also guckt euch das an auch schon einige genascht und ich lasse überall am weg alles mögliche stehen ob das mohn ist ob das hier in kanatklee ist der dann immer schön blüht ja und dann hat sich hier natürlich mohn breit gemalt der so richtig ausgeufert ist und da hängen noch so viele pflänzchen dran so viele blüten die nachher aufgehen hier dann kartoffel agar und ich habe nichts gemacht außer die dinge am boden gesetzt und die was davor halt alles passiert ist das ist doch mal richtig schön da vorne so ein kleines beet vielleicht komme ich da gleich noch mal hin aber wir gucken auf die andere seite denn hier sind diese lila radieschen in die blüte gegangen und ich glaube da war nachher jede menge sagt gut auf mich kapuziner kresse gibt gas richtig schön ansonsten von den vom sturm gibt es hier natürlich in meinem garten tatsächlich schäden dass das ist so ein geschichtchen und natürlich auch das ist alles umgeknickt das werde ich dann irgendwann mal ausdünnen ja witzigerweise hat der rosetten chigurie und die radieschen da irgendwie die gleiche farbe seht ihr was ich sehe oder täusche ich mich das ist ja merkwürdig dem muss ich nochmal auf den grund gehen so hier vorne noch mango heute also ein bisschen dicht hier auf der stelle auf jeden fall aber das kann man ausdünnen wenn man möchte dann die ganzen mürchen kapuziner kresse hier die geboren boric ja rotkohl sieht derweil so aus und ihr kennt das noch aus dem einen video ich habe euch die eine pflanze gezeigt die ich hier abgeknappt habe und soweit ist das jetzt auch schon wieder dazu die pflanze auf hier ist mein einziges exemplar wo die geiztriebe nicht früh genug raus waren somit sind zwei haupttriebe entstanden ihr könnt das glaube ich ganz gut sehen so ein bisschen besser und ich habe mir gedacht den führe ich hier so ein bisschen links rüber so richtung korkenzieher haselnuss da vorne ja so und ansonsten die tomätchen hier die brauchen bald mal ein bisschen was zum stabilisieren das heißt da welche wir mein tomatensystem aufbauen da vorne haben wir noch erdbeeren habe ich auch schon ein bisschen was genascht super gut hier immer noch pflänzchen alles mögliche echt auch hier die eiszapfenradieschen da könnt ihr unten ein bisschen was weißes sehen da wo jetzt mein daumen ist da ist das weiß dann haben wir hier die stämon erdbeeren also da unten ist alles voll erdbeeren also mischkultur hat sich irgendwie zusammengefahren weiß aber nicht ob die erdbeeren auch alle was werden aber ich muss sagen ziemlich viele fruchtansätze und früchte da die eigentlich was werden sollten dies so viel dies gefällt mir gar nicht wo ich das eigentlich ein bisschen anders nutzen aber dieses jahr sind die prioritäten auf jeden fall sehr unterschiedlich und andere sachen gehen dann halt vor so hier haben wir kapuziner kreise und so ein bisschen die blütenblätter abgefallen habe ich eigentlich schon komplett gesehen hier möchte gerade eine ringelblumenbeutel also hier in die blüte gehen also ganz auf haben wir noch die groten rote gartenmel die man fordern kann im salat super genial so ein bisschen sirene im hintergrund hier immer noch liebstöcke her und hier das ist so ein bereich habe ich mit flo schon darüber geredet den hätte ich gerne noch frei da könnte nachher dann auch noch irgendwie kohlrabi oder so rein irgendwas was man vorzieht oder vielleicht die drei vorhin genannten stoppe rübe et cetera dass man das hier irgendwie macht so sieht jetzt gerade jetzt komme ich nicht drauf rhabarber aus hier so dieses meer an brennnesseln beinwell gibt es dahinter noch da überall bienchen dran hier haben wir unendem minze also dies hier wartet alles auf liebe mir ist ja jetzt gefühlt eine woche weggebrochen sonst sähe das alles hier schon anders aus guckt euch das an ist das nicht schön so ich kriege zaungas ein bisschen weg lenken hier haben wir noch ein bisschen von dem lavendel dazwischen eigentlich geht das ganz gut vom tempo heute ich mache gar nicht so viel so hier war ich irgendwie gar nicht bei hier wächst was hier wachsen möchte steht aber eigentlich noch im zettel dass hier das hier schön gemacht wird also auf jeden fall weil es auch ein platz ist der genutzt werden möchte die bananenpflanzen sehen derweil so aus und ich finde richtig gut gesund auf jeden fall nährstoff mäßig fehlt ihr noch ein bisschen also es gibt ein dunkleres grün ich habe zu hause ja noch ein exemplar stehen aber das sind jetzt vier stück ich bin so ja freudig dass das ganze funktioniert ja was kann ich euch denn noch zeigen lupin nach wie vor von wild bienen und hummeln gut besucht das stückchen hier mon sag ich schon hier klee also ich habe gerade da so ein dreher drin also auch außerhalb der videos und hier wächst glaube ich neben den tomaten jetzt auch boric an aber ihr könnt an den fleckchen sehen wie weit die tomaten sind ich bin ja immer trotzdem guter dinge auch wenn sie noch so klein sind dass dann nachher noch was rumkommt man weiß nicht wie das jahr läuft und ich habe irgendwie dieses jahr das gefühl da kann einiges kommen ja und deswegen bleibe ich einfach dran und macht das also ich habe in den vergangenen jahren genau dadurch super viele positive positive überraschung erlebt auch in dem rhabarberbeet was ich gerade kurz gezeigt habe da gibt es ja noch eine tomatenpflanze die sunweaver und die macht sich richtig unter kapuziner kresse breit also wächst flach oder kann flach wachsen und hat super viele früchte also echt super viele tomaten dran gehabt lohnt sich auf jeden fall so wo tingeln wir dann mal jetzt längst wir können eigentlich mal hier durchgehen ja sensen alle steht wieder an ging halt jetzt körperlich bisher noch nicht ja so hier sind noch pflänzchen könnt ihr sehen goldrute lupinen verschiedene beifuß königs kerze nacht kerze also hier gibt es auf jeden fall auch ein bisschen was zu sehen und hier freue ich mich schon drauf die goldrute viele mögen sie gar nicht weil sie sich so breit macht aber ich sage euch das ist so ein bing magnet was hier nachher los ist und was an frequenzen rumkommt weil die alle zusammen summen wo jetzt wäre ich fast gestolpert naja passiert auch mal das hängen bleiben so und guckt euch die tomaten pflänzchen hier angucken was sie alle für den schub gekriegt haben gemulcht mit schafswolle und mit rasen schnitt beziehungsweise alles was ich überall so abgesenzt habe ja sieht doch gut aus die waren auch so mickrig wie in dem einbeet und dann kriegten ja auf einmal so einen schub beifuß gut besucht von bestimmten insekten mal sehen ob wir jetzt ein paar finden ja da sitzt mal einer sag hallo also hier haben wir noch ein paar pflänzchen mehr und dementsprechend ist das auch eigentlich echt voll ich sehe jetzt gerade keine aber ich habe die auf jeden fall schon richtig viel hier dran gesehen also wirklich man kommt gar nicht irgendwo hingucken ohne welche zu sehen jetzt im moment natürlich wieder der vorführeffekt die haben vielleicht ihre zeiten chillen gerade irgendwo im gebüsch keine ahnung ja sieht das nicht schön aus leute ich bin im vierten jahr hatte null plan als ich angefangen habe und habe einfach gemacht und auf intuition bauchgefühl gehört ja bauretsch wieder zu sehen bauretsch bauretsch alle möglich hier sind eigentlich kartoffeln drin da unten ist sie ja eigentlich so wie hier soll es eigentlich auch noch weiter frei gemacht werden und gemulcht werden aber wenn man das so sieht hey leute die kartoffeln die drin sind werden mir so viele abwerfen dass ich wieder nächstes jahr neue ziehen kann und ich muss sagen jetzt hier bietchen hummel mäßig wie auch immer ist das auf jeden fall ja ist es das wert irgendwie stehen zu lassen also ich kann die ganz schwer rausnehmen das geht gar nicht die werden bleiben so gut wo tingeln wir denn jetzt mal lang hier einmal ja ich würde sagen wir machen mal ein absdächer da lang so so die lupine möchte ich euch einmal zeigen hier wunderbar lupine was was erzähl ich hier die maive das ist eine maive lasst euch nichts erzählen hier so hier auch überall rucola noch zwischen hier könnt ihr das sehen die wildbienen die mögen das richtig gerne rucola diese kleinen propeller blüten finde das echt toll überall bienchen ja echt schön so und der apfelbaum den muss ich euch zeigen ganz gut dass ich hier lang gehe hier die äpfel sind derweil so weit und es sind echt wirklich viel viele zu sehen hier könnt ihr das vielleicht ein bisschen gegen das licht näher ich versuche mal unten durchzutauchen und das hier nochmal kronlichtnelke ackelei ist derweil so weit wird nachher saatgut abschmeißen königskerze hier habe ich zurinies drin gehabt die wurden weggefuttert und nachher von der ja ackerwinde erobert und ich muss sagen Sven und Sven sag ich schon Flo und ich haben schon drüber geredet ich glaube wir wollen das einfach so weiter sprießen lassen solange es nicht ausufert so aber guckt euch hier das ist doch mal richtig toll hammer und so sieht es überall am baum aus da gibt es überall diese trauben an äpfeln aber auch wieder hammer viele wassertriebe dennoch apfelmäßig sollte dieses jahr was rum kommen wird auch ein bisschen mehr auf die krankheitsgeschichte achten können ganz zufrieden sein das ist übrigens die sorte orange corks und super 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 lecker also wenn ihr da rankommen könnt an den ich glaube das ist eine eine sorte aus großbritannien eine alte sorte holsteiner cox kennt wir wahrscheinlich viele ja aber den müssen wir probiert haben also wenn ihr die möglichkeit habt richtig lecker richtig lecker und jetzt sehe ich noch ein pflänzchen was ich euch nicht vorenthalten möchte das ist einmal der fingerhut davon habe ich mehrere pflänzchen im garten eher noch im hinteren bereich ja wollen wir hier mal lang gehen ja was machen wir mal also hier hinten ist im moment ja das schreit alles ein bisschen wieder gesenzt und gemäht zu werden hier sind wir wieder wildbeben arm rucola nee gar nicht das ist ein anderes pflänzchen aber auch so propeller blüten spannend keine ahnung müssen wir mal erkunden so sieht es derweil hier aus der portolack der sät sich wieder selber aus dachte auch daran ein paar pflänzchen wegzunehmen und dann nochmal irgendwie ja einfach saatgut dann auch mal dazu haben ohne dass es jetzt hier dauerhaft bleibt hier haben wir noch den boritz der wird nachher richtig spannend wenn er blüht ja und ja hier ist sonst so weiter nichts passiert hier haben wir ganz viel salat geerntet nach wie vor noch super viel salat zwischen hier hatte ich so salat voranzug das wirft immer wieder was ab monat sich dazwischen gesellt ja irgendwie noch feldsalat alles mögliche hier haben wir märchen ackerwind ist hier natürlich auch zu gern das ist ein blüte geschossene spinat mon die ist alles da hier habe ich das schon mal knapp gemacht damit nicht so viel saatgut da drin ist ja und die wachsen heran ich will es gar nicht zeigen einfach nur so ungefähr so einen kleinen durchmesser haben die erst die also die kommen noch alle ja hier haben wir dann meine außen küchen geschichte das könnt ihr jetzt auch mal sehen ich habe hier ja das wollte ich nach und nach hoch konstruieren haben sich ja hier ein paar bedingungen geändert womit ich dann erstmal den antrieb und die lust verloren habe dennoch habe ich hier hinter mir konnte die das gerade sehen habe ich hier einmal ja das ist die konstruktion fürs dach und ich habe so ein teil abgedeckt und das loch soll bleiben weil darunter dann der grill steht könnte ich das ein bisschen vorstellen das muss ich die konstruktion da oben noch hinkriegen weil das teil ein bisschen kleiner ist als jedes luftloch einfach mal gucken wie man das so nachher machen kann aber so ein paar ideen habe ich jetzt gerade sogar spontan ja das ding brauche ich nicht mehr das hat sich hier alles geändert hier haben wir auch noch fingerhut hier haben wir noch so einen holzhaufen sondern hier ist das tomatendach das kann ich ja euch noch mal zeigen wie das hier ist denke mir hier noch mal durch übrigens überall steht bei mir im mond und das ist richtig gut besucht von den tieren natürlich wieder jetzt gerade nicht aber also klee unbedingt stehen lassen eine weile wenn ihr da irgendwas habt zwischen rasen hier haben wir eine tomate wird ein bisschen erobert hier von den brenner sind also alles noch weg da hinten unten ist noch eine da ist noch eine und dann haben wir hier vorne noch eine wo sie denn hin auch da versteckt das waren ja so die auch von herbert und das war eine gekaufte eine frühe tomate sollte die ersten tomaten nachher abwerfen ist auf einem guten weg würde ich sagen so sieht es derweil hier aus hier dann ja werden auf jeden fall und nicht weggeknabbert von den vögeln ja die johannisbären aber ich mache das sehr gerne sie zu lassen da kommt kein netz rüber oder so ich teile mir das alles gerne und für mich zum naschen bleibt immer noch genug übrig und wenn ich es darauf ankommen lasse kann man sich auch mal ein paar rechtzeitig ergattern wenn man sie braucht so da hinten ist gerade ein bisschen wühliger aber nichtsdestotrotz gehe ich da lang mit euch hier geht es noch ans aufräumen bisschen vielleicht mache ich das nachher auch noch gleich hier neben mir das pavillon das im moment immer noch vandalismus zustand da waren nachher die drosseln drin brüten und auch noch so eine schöne geschichte die ich euch noch zeigen werde ja und hier ist überall grün 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 ja richtig 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 schön so gemüsebaum den zeige ich euch noch mal hier hinten ein fleckchen für den gefunden weil das vorne sonst hier so ein riesending geworden wäre das ist einmal hier unten das ist der gemüsebaum gemüsebaum was hat das auf sich ein paar werden sich das sicherlich fragen der gemüsebaum das schmeckt dann der diesen shops hü geschmack wenn ihr mal chinesisch gegessen habt überall schwebfliegen wenn ihr mal chinesisch gegessen habt dann werdet ihr bestimmt diesen shops hü geschmack kennen den gewinnt man auch daraus gibt sicherlich noch so viele andere gerichte wo das dann auch passt ja darts spielen wurde auch immer fleißig genutzt das hat mir auch zwischendurch mal geholfen und derweil sieht der rest dann von hier so aus ja hier ist ein bisschen lebensraum für tiere da habe ich auf jeden fall die hummelkönigin rumfliegen sehen deswegen habe ich da jetzt erstmal nichts gemacht ja das ist deko geworden da wollte ich ja irgendwie geimpftes holz nehmen damit hier ein bestimmter pilz wächst das judas ohr oder auch oh gott wie hießen denn noch morcheln nee das ist falsch ach ich komme gerade nicht drauf ja also der hintere bereich ist ein bisschen emotional befleckt davon dass gerade im pavillon so viel vandalismus war echt aufgeräumt hat irgendwie das abgeräumt also wieso gegen windmühlen hat sich das eingeführt da steht jetzt auch auf dem zettel für uns und der hintere bereich ist auch irgendwann dran aber alles zu seiner zeit so dann wir haben jetzt verschiedene wege die wir gehen können das würde jetzt einmal um das podest rum gehen aber ich benutze jetzt hier die stufen so sieht das hier gerade aus auch ein ort der noch fertig gemacht werden soll topinambur wächst gerade so richtig schön habe ich aber noch nie so wirklich in der blüte gesehen ich glaube eine blüte habe ich mal gesehen das war es dann auch ziemlich spät und versteckt und ach ja keine ahnung hier kann man schon gar nicht mehr so richtig durchgucken hier ist auf jeden fall privatsphäre und die hatte ich ja dann noch steine versenkt hier ist ein kleiner weg so kann man hier durch wenn man sieht wo ich längst gekommen bin dass der strandkorb den wir gerade noch gesehen haben und hier ist halt das podest also schon so bei meter hoch wenn man an dieser stelle ist ja brenner sich ja auch wartet damit geht bald ans düngen geht muss ich euch nicht zeigen habe ich videos zu gemacht mache euch oben noch mal eine verlinkung für alle die das interessiert ja das ist eigentlich so das was ich euch zeigen kann ich habe ja gesagt ich gehe mal nahe ins beet und ich glaube das habe ich jetzt in so mix hingekriegt und doch ein recht kompakten gartenrundgang hingekriegt ich habe ursprünglich gedacht eigentlich dass ich richtig lange bei bin weil es wirklich so viel zu sehen gibt ja aber das ist ja auch so vier noch nicht mal vier im vierten wie gesagt im vierten garten ja und ich sage immer wenn ich wenn ich das hinkriege dann kriegt ihr da draußen die ihr noch irgendwie zweifelt ob ihr das tun solltet ob ich euch das zutrauen solltet macht das probiert das aus ich gehe mit einigen handicaps durchs leben und jetzt gerade zuletzt auch mit zusammenbrüchen und ja das leben obwohl es mir nicht so viele möglichkeiten und zeit schenkt schenken wir immer noch genug um das hier alles auf die kette zu kriegen diesjahr dankflos hilfe auf jeden fall da war sie wieder die blaue libelle noch eine gesehen oder die gleiche liebe leute die bellen habe ich sowieso jedes jahr immer mehr da die hocken gerne mal wenn irgendwo so ein kleiner stock aus dem boden rausgucken die da gerne mal drauf ja ich würde sagen das geschichtchen läuft hier flo ich freue mich wenn wir wieder weitermachen können das gestern war echt schön mit dir das war richtig meditativ und hat mir echt kraft geschenkt soweit ich mich bewegen kann konnte ich in die bewegung gehen und das tut dem körper dann auch gut so ihr lieben ja ich sage an dieser stelle ich würde mich super freuen wenn ihr nächstes mal wieder dabei seid mir weiterhin treu bleibt und das ganze projekt wachsen kann im moment geht es weiter was die zukunft sagt das wird sich dann noch zeigen aber für den moment habe ich den antrieb wieder gefunden dass es weitergeht ja das sei ja vor paar tagen noch anders aus und von daher ja vielen dank für eure unterstützung auf jeglicher form auch wenn ich so an dezember denkt wenn ich am anfang des jahres denkt zwischendurch was mich da so alles erreicht hat an unterstützung auf vielfältigster weise ja vielen dank das hat mich mit durchgetragen und ja wir sind alle voneinander abhängig auf gewisse art und weise und miteinander verbunden und deswegen ja danke auf jeden fall in eure richtung mir fehlen jetzt ein bisschen die worte danke fürs zusehen danke dass ihr soweit durchgekommen seid im video und ja bis zum nächsten mal euer lars tschüss ich bin raus so nennen ist gar nicht immer so leicht also ich lasse dann irgendwie immer mein herz sprechen und wenn irgendwas nicht mehr raus will dass ich das auch ziehen das kriegt ihr dann mal so mit ansonsten ja mir fehlen so ein bisschen die worte das war gerade echt ein schöner gartenrundgang aber jetzt kann mein kopf auch nicht mehr also ich konzentriere mich ja dafür streng ich mich schon ein bisschen an um das dann auch so fließen zu können lassen zu können kommt dann irgendwann der punkt des loslassens das läuft aber der kopfrad hat ja trotzdem für alles und versucht hier alles so auf die kette zu kriegen jetzt wird mir gerade richtig warm sollen wir mal schnell gucken was haben wir denn oder und das ist eine biene beim klee und wir haben 25 grad aber ich bin auch echt dick angezogen weiß haben vor allem diese samt die samtigen blüten ich fasse sie gar nicht erst an beim roten kann man das schon mal machen ich höre sie hier nur alle summe ok und weg